ja willkommen mein namen ist an die wahl meiner metro mario master und wir begrüßen euch zurück zuletzt play mario party 8 dieses mal auf gummas süßig steg egal mit zwei neuen gegnern luigi und todette beide aufstand ja und ja das war ich vor zu gewinnen also ich mache meine es war ich wäre noch mal eins sein ich bin als zweiter dran da komme ich und dann wendet sich nicht gegen familie bei namen noch gar nicht gesehen die große stellen da hinten das müssen wir 20 von sein wenn die meister minder hat gewinnt ja ja wenn wir es bis nach dahinten schaffen dann kriegen sie die ständigen kostenlos ja okay da ist immer nur wir haben einfach nur strecke zurücklegen ja dann bin ich gut dann sind wir uns beide auf stark war aus irgendeinem grund trotzdem den zweiten platz kommen mal fünf jahren naja falls ihr das letzte nicht gesehen hat ich habe gewonnen dann wurde dritter da war mir wurde zweiter das gedacht mario der auf stark eingestellt war weil es war der letzte war das letzte neuer sprung fehler ich war für ich die benutze ich bin als einziger da gelandet nicht mit mich nicht so hat sie nach du bist der buchst du folgst du reichnd fliegen nein da wird ein bisschen weiter fliegen ach du bist auf dem roten feld gelang auf dich da müsste ich denn machen ein spieler hat 30 sekunden zeit um mit hilfe seines fahrzeugs die anderen spieler von der spielpläne zu drängen am steuer schub sie alle handeln von den rändern zu fuß unterwegs lasst sich nicht in die ecke drehen also ich kann über die dinge ja ganz über ganz weises leben ist gut geteilt wird ja mit so einer körpersteuerung tanz für meine belustigung hallo ich komme ja da ist die richtung die weg von mir ist eine bekamste steuerung geht nach dem weg von mir ist der einzige der gefahr ist wenn man ein paar von den plattformen weggehen war eine bekamste steuerung du bist richtig scheiße soll denn so jemanden treffen wir sterben alle nicht noch stürzt hier nicht ihr seid alle heruntergefallen wenn du gewonnen ist als einziger untergefahren naja ich habe verloren bin trotzdem untergefahren also nein endstation wünsche noch viel glück schon ja sehr guten weg ja es ist ja erst die zweite runde wir haben ja noch nie mal angefangen warum ist nicht das ding auch nicht noch voll angekommen wenn ich gerne ein paar minzen werde ich der einzige hier kann ich nicht ja ich habe münzen wie die winds bei erbsen und lebt ja kenne ich warum hast du so viele münzen erkläre mir das ich ja ich habe jetzt die meisten genau das worauf ich hinaus wollte jetzt was passiert ich glaube ich fragte jedes war stellen wenn ich vielleicht mal unterbinden ist das ist cool das mag ich wir schießen uns ab nimm deine wahl in dieser arena schießere interessiert was das ist gut um die meisten zu erzählen schneide einen weg an den gegner und nehmen sie unter den schuss wenn sie es nicht funktionieren ich bin jetzt so weit mit einer seite ich muss ja auch so machen aber ich bin von dem dinge hier immerhin ich mache nach vorne ich war doch gerade in führung ey ich hab wieder einen punkt gewonnen ich war gerade nur in führung hat das einfach nicht wahr sein ja alles gut sie sieht dieses gesicht hat ein ein gesichtsaussicht der puren freude wenn ja nicht die münzen als gewinne die am ende da oben angelangt okay belästigung sexuelle belästigung am arbeitsplatz ich spiele ich spiele man dreimal bonbon um drei würfel zu bekommen und ich beende hier mit meinen zug und ich mache mir ein bisschen einfacher richtig eklige geiser damit zehn münzen und einsprungen bonbon und land auf luigi's feld wie soll ich egal ob sie ich komme weiter nein was geht warum kannst du noch mein feld lieber bei toilette gelandet weg von mir weg von mir du riechst nach die riechst nach dino kacke schon wieder auf nein und was sehen wir noch von dunkelkorn fernlandes kommt dann direkt da vorne nehmen kannst du was ich wünschen gewinne na g lauter der tippe also gegen mich und luigi eine chance hast ja wie verrät seine familie das luft wissen wir sind genau die gleichste steuerung ne da ist wir haben das cool blöd hier fährt in seinem ästlichen roh geht mir aus den augen Ich seh'n euch. Mädel, mach weiter. Luigi, was machst du da? Yes. Nein. Haha, gut gemacht Mädchen. Nein. 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 Hey, Schnauze setzt und so aufgeschrieben. Nimm. 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 Hattest du nicht. Immerhin bin ich immer noch erster. So. So. Tudel ist aber näher dran. Wie seid's alles auf Toilette? Wie ist der wahre MVP? Nee, ich bin der wahre MVP. Nein. Ja, nachdem ich das gesagt habe. Genau. Ach, sieh' mal an, wer da vor mir ist. Jetzt nur eins. Nein. Jetzt nur eins. Hahaha. Ich glaube, ich warte es nicht. Boah, ich bin so schnell bin so vor, dass du mir das gezeigt hast. Wäre ich schade gewesen, wenn du mich aber getroffen hast. Was ist das nicht? Ja. Ich habe die Schnauze. Ja, was haben wir denn da? Wo eine 2 da, das ist eine Uhrzeit. Eine 2. Ja. Du hast auch noch sonderanmutig. Das ist nicht. Das ist gut. Ich hab' mal so'n Schicks-3er-Bonbon. Ja. Du hast den gesehen. Zwei. 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 Das ist eine Uhrzeit. Zwei. Zwei. Was ist dagegen? Da ist die doppelt so groß wie die 1. Ich spiele meinen 3-Bach-Bonbon, um 3-Büffel zu bekommen. Das ist eine Uhrzeit. Ich habe einen Spurling geholt. Hi. Na? Das könnte sich auch mal leisten. Ja. Die 5 Dinger. 5 groschen. 5 groschen. Ja. Die minuten haben wir jetzt. Wir haben 15. 14 minuten haben wir. Was kommt jetzt? Die wasserschlagen. Das ist ein Rösschen. Also. also münzen mit steuerung münzen während du wasser schiefer mit seiner ewig steuerung da war keine münze ja jetzt aber ich bin jetzt einmal zu wichtig 16 wenn jeder einzelne münze getroffen hat was keine füße wie funktioniert kann zaubern ich kann auch zaubern ich kann mit meiner zunge fressen und dann ja auch so ein schnelles verdauungssystem hat direkt zu produzieren und dafür dauerung überhaupt zählt 1 nicht voran nicht als erst ab drei jährigen eine sehr hohe zahl kann ich fein wäre nicht nur einzigartig sind nein nein ich sehe euch ihr luschen nach dem fragezeichen fällt wieso kommst du an der stadt zur rückwärts los luigi auf das fragezeichen los joshi auf der tragezeichen hat ja der kriegt auf dem auf jeden fall jetzt gehe weg kommen die wieder aus seinen fünf zügen wieder der mvp hat endlich den stern er ist der auftritt und der legt schon so voraus und gott und gottes mehr auf den geist wenn wir voll kamer kam es und zwar nein das verfolgt haben wir fällig das ist in der oase das ist ein bonus spiel wieder kann man ja eigentlich nur gewinnen ja aber wir werden mehr müssen bekommen er ist auch vollkommen egal ich werde gewinnen ja ich bin nur da aber man folgt mir natürlich alle gestorben Ah! 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 Nimm mal weg von mir! Nimm alles! Sehr gut! Ich wollte wieder Münzen von dir abgestaut. Ja, du stehst einen Weg! Ja, aber ja, so war es nicht. Oh nein, wir sind alle tot! Ja, du bist auch noch ein Tode. Da kann nichts passieren. Ach, komm, so ein Spiel. Ich mach so Gangnam Style. Ein Sturm einfach so. What the fuck? 2. Das ist eine Steigerung. jetzt bin ich beleidigt jetzt muss ich was essen wenn ich beleidigt bin dann muss ich jetzt habe ich nicht auf dem fragezeichen lande doch bitte zu mir gefallen hat weil ein ganzer wie ich umsonst ein würfeln auf 1 2 3 6 6 ich war sogar halbwegs am gewinnen auf den zweiten platz erwarte wenn ich wieder zurückkomme warte wenn ich zurückkomme luigi gibt mir dann sterne ich momentan ich habe den sternen weg diese das ist einfach auf meiner seite der sohn oder doch umprogrammiert wahrscheinlich sprung fehler die tun mich nie enttäuschen hatten wir schon ja das ding das ist doch nur wischen ich ziehe die jetzt ab ich habe gewonnen ich habe mich auch richtig angestreckt ich musste ja zwei schaffen okay vor die szene er ist eine sprung feder und direkt nach dem bereich nicht für mich auch dich hier ordentlich ja ich spiele mal ein zauberer und dreimal um drei würfel zu bekommen mit toilette meine braute das ist kein springbonbon warte ich wollte noch auf er hat glaubt wo land ist da 20 feldarbeiter ich mich zum schotter geld bringt mir leider nichts ich muss naja dinge haben okay ich habe mich am ende hin zu dem stern das war so geplant der uns von weltingen er klappt ihr euch mal hier um die ding ich bin hinter ihnen das klappt nicht du bist auf einer anderen insel wenn meine weifu gegen den behaupten ja das ist jetzt meine ganz persönliche weise jetzt meine weifu zwei kapitäne der boxer wir müssen so machen abwechselnd zusammen mit den computern ja und wir müssen das ist jetzt so insel in die mitte mit sechs nach rechts luigi rechts aua mein paddel hängt fest mein paddel hilfe hilfe mein paddel hängt fest eine runde noch dann reicht es auch für den fahrer scheißer herrlichen voll am baum stammfeste das erzählen jetzt war die letzte runde für diesen part beim sony mattholetz zug irgendwie reinziehen die anfang jeder runde dann ist man bei dir ein schnitt machen wir müssen stellen jetzt gehen weg jetzt geht weg oder ich ist nicht wir machen die nummer der wandelt sich in einen tonaden der alle gegner den vorbeilöst zum start zurückbringt okay nein mach das die gay mein guter da ist der dinge kommt er hilft dabei reicher zu werden also buch ich komme ja bitte sehr schüttel 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 und ich kriege alter 25 münzen doch wer wird jetzt im preis auf der zahlen jetzt da alle dämpfe zu hause planen geworden sind ich nicht mich auch nicht weil ich hier bin noch meine eigenen privaten sie ja viel geld ich jetzt habe ich kann nicht mehr jeden delphinex pass auf den ich will dann kann ich meinen eigenen delphin kaufen mal passiert aber auch wenn er auf dem baus auf hätte jetzt geht dann würden dann würden da auch jetzt kommen wo du dann drüber springen müssen jedes mal wird nicht schaffst du die münzen dabei und welches mich bekommt jetzt boink ah aua aua der boxer halte den behalte den vom stadt mit so ich habe auch für englische version irgendwie gesehen ja der sprecher klingt voll wie so ein porno darsteller firmly greift remote in your hands schlagen und dann macht man schon die geschwindigkeit ist nicht alles schlagen lieber weniger auf aber dafür härter ok ok oben äh ha 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 ah ha 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 Warum habe ich die Stadt eigentlich zerschlagen? Ich kann nur einfach durch sie durchgehen. Ja, ich hätte sie essen können. Ich glaube nicht, dass sie dann wieder verschlucken können. So, das war's. Ja, wir müssen uns den Zug von Toilette angucken. Nee, müssen wir nicht. Ich drück gleich einfach auf Plus und dann... So. Oh, Magie. Plus, kann man alles erreichen. Dann können wir schon in der nächsten Aufnahme abschließen. Ja. Also, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.